Hallo, na und nicht erschrecken, ich bin mal nicht im Bild für ein paar Sekunden, aber das wird nur während der Erstellungsversion hier sein und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge und willkommen im Erstellungsmenü für meine Thief, Thief, Dieb Challenge und hier seht ihr gerade auch schon, bin ich meinen Dieb am gestalten. Kurz zur Erläuterung, ich möchte mir einen schlitzigen, schlitzigen, miefigen, zwielichtigen Typen gestalten, den man schon an der Nase und an den Ohren ansieht, dass der es nicht ernst mit uns meint und ich erkläre euch kurz ein wenig was zu den Regeln der Thief Challenge. Und das fängt schon damit an, dass ich eine WhatsApp bekomme und das Ganze gar nicht aussprechen kann. Also hat, da, 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 in Erstellungen ein Sim, gestaltet man einen Sim, da sind wir gerade schon dabei und zwar unseren Dieb. Und ich bin, ja, mit diesem schönen Pornobalken diesmal lieber mit einem Mann dran als mit einer Frau, weil meine letzten Challenges, das immer mit Frauen waren, deswegen dieses Mal. Einen männlichen Dieb. Und er muss die Merkmale kleptomanisch haben und das Bestreben Herrenhausbaron bzw. Herrenhausbaroness besitzen. Das haben wir inklusive einer ästlichen Schiebermütze bzw. das machen wir gleich noch. Zieht danach auf das größte Grundstück, welches es im Spiel gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob damit auch gemeint ist, dass man cheaten darf, also Geld cheaten darf oder nicht. Aber meistens ist es ja so, dass Cheats in Challenges verboten sind. In dieser Challenge wird gekauft, ähm, geliehen, was das Zeug hält. Beachtet dabei aber auch ein paar Regeln und die lese ich euch jetzt vor. Ihr dürft nicht WhatsApps bekommen, ihr dürft nicht umziehen, sondern bleibt auf dem Grundstück bis zum Ende wohnen. Geld verdient ihr nur über das Stehlen. Euer Sim hat keinen Job selbst und selbst erstellte Objekte dürfen nicht verkauft werden. In Klammern Malerei, Werkbank, etc. Will eh keiner kaufen den hässlichen Kram. Andere Sims dürft ihr nach Krediten fragen, zahlt aber diese nicht zurück. Das klingt sehr nach mir. Wenn ihr ein Lied oder ein Buch schreibt, darf dies nicht an den Verlag geschickt werden. Habt ihr doppelte Sammelobjekte im Inventar, könnt ihr diese verkaufen. Ebenso, wenn ihr Objekte beim Fischen angelt. Soll ein weiterer Sim in eurem Haushalt leben, geht das nur, wenn dieser auch das Merkmal kleptomanisch hat. Das Bestreben des Sims ist egal, aber auch dieser Sim darf nur durch Stehen Geld verdienen. Am PC könnt ihr hacken und programmieren. Lebensbelohnungen dürfen gekauft werden. Den Wunschbrunnen aus die Sims 4 romantische Gartenaccessoire Atathwaite dürft ihr benutzen. Sollte dein Haupt-Sim aber sterben, ist die Challenge beendet. So, das ist erstmal das, was man hier so im Internet finden kann. Ich denke mal, Ziel des Ganzen ist es, möglichst reich zu werden. Und ihr seht schon, mein Sim nimmt langsam Gestalt an. Ich habe mir überlegt, einen kleinen, schmierigen Typen zu machen, der nach vorne hin natürlich sich für einen total reichen Ficker ausgibt, der mega vermögend ist und aber in Wirklichkeit ein kleiner Punker ist. Und das ist er auch schon, unser lieber, ich weiß noch gar nicht, wie wir ihn genannt haben. Ich hab mir das irgendwo... Gieselherr! Das ist der liebe Gieselherr. Gieselherr! Gieselherr ist ein ganz, ganz ein Feiner. Der ist zu der ganzen Geschichte von Gieselherr und Gustl, seiner Frau, die er verlassen hat, wird es später in der Challenge mehr geben. Das ist aber erstmal unser Grundcharakter. Den habe ich jetzt fertig erstellt. Ihr könnt ihn in seiner wundervollen Badehose mit dem tollen Pornobalken begutachten. Und ich würde vorschlagen, wir beenden jetzt einmal die Erstellungssequenz von Gieselherr Schnapp, so heißt er nämlich, und gehen einmal über in das Spiel und kaufen uns das erste und auch letzte, denn wir dürfen nicht umziehen, das erste und letzte größte Grundstück auf ganz Simshausen, der ganzen Simswelt, und starten mit der Challenge. Bis gleich! Und da bin ich auch schon wieder zurück. Hallo, hallo, na? Habt ihr mich schon vermisst? Ich drehe mal für mich den Ton gerade einen Mü hinunter. Er ist ein bisschen laut. So. Zack. Und dann suchen wir uns mal mit dem Gieselherr Schnapp ein Appartement, beziehungsweise ein Grundstück. Was ich noch dazu sagen möchte... Oh, wo spielen wir denn? Wo spielen wir denn? Wo spielen wir denn? Das ist schwierig. Wir haben hier Willow Creek, Oasis Spring, da haben wir ja auch schon gespielt. Hm. Magnolia Promenade. Kann man da wohnen? Ich weiß es gar nicht. Das gehört zu Sims 4. Auf zur Arbeit! Oder Jagdabige, du faule Schwein! Nee, da kann man nur arbeiten. Da kann man nur arbeiten, leider. Ich dachte, da könnte man auch ein schönes Grundstück kaufen. Dann haben wir hier noch die Vampirecke. Das ist mir aber auch alles irgendwie nicht das Richtige. Was ich noch erwähnen wollte, war das... Nee, hier will ich auch nicht wohnen. Dann suchen wir uns in Windenburg was. Oder? Ah, da ist auch schon so viel bespielt. Ja, dann Willow Creek. Wir dürfen nämlich... Ah ja, guck mal, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Wir dürfen nämlich unser Geld, um das von gerade eben nochmal zu ergänzen, verdienen, indem wir die anderen Sims beklauen. Und zwar alles, was nicht nid- und nagelfest ist. Und für alles andere nehmen wir einen Schraubenzieher mit, ich glaube, 30 mal 20. Ich glaube, ein größeres Grundstück gibt es hier gar nicht mehr. Ich kann hier nochmal eben gucken. Ich sage mal, 40 mal 30. Ja, dann nehmen wir doch das hier. 40 mal 30. Die Krawallhütte. Das klingt doch sehr, sehr gut. Da ziehen wir hin und bauen uns da ein schönes Häuschen drauf. Und dann dürfen wir eigentlich alles tun, was wir gerne möchten. Außer natürlich arbeiten gehen, ehrlich Geld verdienen oder sonst irgendwie was Gutes. Wir dürfen heiraten, wir dürfen Kinder kriegen und alle müssen kleptomanisch veranlagt sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde gerne... Nein, das würde ich nicht gerne machen. Ähm, ich würde gerne in der Galerie mir ein Haus hinunterladen. Ihr könnt mir natürlich immer gerne Sachen unter Hashtag Kupferfuchs bauen und geben und schicken. Dann gucke ich mir das an. Gibt es noch irgendwas? Hashtag Kupferfuchs. Haben wir noch irgendwas? Hm. Wir haben diverse Friedhöfe. Noch ein Friedhof. Ah, das ist für die eiskalte Engel-Challenge. Okay. Hier wurden ganz oft Kupferfüchse gebaut. Ich muss mich mal ein wenig umsetzen. Was haben wir denn noch? So eine Kupferfuchs-Villa. Können wir uns die leisten? Nein, können wir nicht. Dann brauchen wir tatsächlich irgendwie ein etwas kleineres Häuschen. Wir können ja mal unter der Thief-Challenge gucken, ob es da... Ja, da gibt es diverse... Alejandro, Thief of Hearts. Ah, Dieb der Herzen. Was ist denn hier denn? Das können wir uns auch nicht leisten. Thief-Challenge-Villa. Können wir uns ebenfalls nicht leisten. Ja, da braten wir doch einer einen Storch. Ah, geil. Guck mal. Hier sind auch ganz schön viele Diebe. Gar nicht mal so schlecht. Was ist das denn? Können wir uns auch nicht leisten. Oh, ich habe aber gar keine Lust, mir jetzt ein Haus zu bauen. Ich möchte es spielen. Warum geht das nicht? Auch alles Wählerobjekt zum Kaufen. Nicht gegen Simoleons, um das Grundstück zu platzieren. Hm. Naja, aber das hier sieht doch schon mal gut aus. Das sind auf jeden Fall schon mal Thief-Räume. Beziehungsweise ein Raum. Und das hier, selbst das können wir uns nicht leisten. Das ist traurig. Ne, dann nehmen wir das mal. Das sieht doch schon aus wie eine gute Gaunerbude. Und wir machen es einmal, wie stellen wir es denn hin? Also hier ist die Küche. Die Küche. Ich finde, oder ich fände es super schön, wenn wir das hier hinten so hin machen. Und die Leute einfach ganz, ganz lange laufen müssen, bis sie bei uns sind. Oh, wir haben aber auch fast schon keine Knete mehr, ne? Das wird aber bitter hier. Das wird aber ganz bitter hier. Okay, das ist doch schon mal gut. Und ich glaube, für übrige Räume ist gar kein Geld mehr da. Hm, das ist ja ein bisschen wie bei mir im realen Leben. Ich kloppe mal für irgendwas auf Fenster. Ja, wobei, Fenster sind jetzt nicht so zwingend notwendig. Das räume ich mal irgendwie hier so hin. Und das räume ich mal da so hin. Ja, das kann man gebrauchen. Hier war noch irgendwas Seltsames oben drauf. Was ist das da? Das stellen wir mal, ich weiß nicht, was es ist. Das stellen wir hier so hin. Was auch immer es ist. Ich muss mal ganz dringend irgendwie hier mein Web-WhatsApp ausmachen. Kleinen, kleinen Moment. So, weg ist das. Jetzt brauchen wir noch ein Toilette. Da gucken wir doch mal nach dem günsteligsten Raum, den wir uns wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr leisten können. 1.400. Doch, das klingt doch gut. Gibt es hier in mehreren Farben? Ach, guck mal. Nehmen wir doch ein braun. Oh, nee, komm. Ein blaues Bad. Zimmer kaufen. Das kommt, ähm, wo kommen wir das denn, wo können wir, wo könnte man das denn noch hin tun? Ein Klo. Packen wir mal, äh, hier so hin. Ja, und dann kann ich es nämlich noch drehen. Zack. So. Und dann kommt das ganze Ding, nämlich, äh, ich will doch nicht durch die Küche auf Toilette gehen müssen. Dann kommt das hier hin. Und da kommt noch so das Schlafzimmer hin. Da muss man, nee, das geht doch nicht. Ich kann auch nicht. Ich kann aber durch das Schlafzimmer ins Bad. Ha! Das können wir machen. Was ist denn, das ist alles nicht mehr bezahlbar hier. Nein, 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 nein. Jetzt lass mich kein Bett auf die... Okay. Äh, wir nehmen das grüne Räumchen. Das sieht doch auch gut aus. Äh, so. Und dann kann man das doch bestimmt... Ha! Hä? Ja! Oh! Das war definitiv ein Fehler. Rückgängig. Geld zurück. Sehr gut. Dann nur so eins, dass man da noch eine Türe hat, oder? Ich bin da so und die Türe packen wir so da so nicht hin, weil da ist gar kein Platz für. Hier kommt das Bett hin. Da kommt die... Warum nicht? Da kommt auf jeden Fall die Klotüre rein. Hm. Hm. Deutte ich das vielleicht noch? Eventuell... Oh, ich bin verwirrt. So. Dann machen wir es einmal so. Wir haben jetzt einfach... Wir müssen durchs Schlafzimmer, wenn wir aufs Klo wollen. Ist ja okay. Es gibt Häuser, die sind so gebaut. Und das ist unser ganzer Kram. Nun gut. Wir haben nicht viel, würde ich sagen. Wir haben nicht mal mehr Geld für einen Weg. Aber macht ja nichts. Wir lassen den guten... Den guten Giesel her. Jetzt einfach mal einziehen. Da steht er. Zwielichtig, wie er ist und könnte auch in einer Berliner Burgerbude arbeiten. Aber er denkt sich, jetzt google ich erstmal ein paar Bilder von Zügen. Ich mag Züge. Züge finde ich großartig. Und diese schlitzigen, schlitzigen Augen und diese falsche Rolex an seiner... An seinem Handgelenk. Äh. Zeugen nur davon, dass er entscheidend ein sehr vermögender Mensch sein muss. Und er liebt Züge. Wir haben es verstanden, Gieselherr. Man beachte übrigens diese tollen, nicht gerade teuren, roten Fake-Lederschuhe, die er sich mal gegönnt hat. Ja, zusammen mit seinem Hut. Mhm. Und sie sagt, ach, das ist ein verdammt schöner Hut. Und er ist ein ganz schöner Handy-Junkie. Ich weiß gar nicht, was er da macht. Wir verfolgen ihn mal. So. Gieselherr. Was machen wir denn? Gieselherr Schnapp ist unterwegs und gelangweilt. An der Nase eines Mannes erkennt man sein Gieselherr. Da geht der Erste direkt schon. Und dachte ich, okay, du und ich. Und er, ja, das Gieselherr ist offensichtlich sehr beliebt. Mhm. Das können wir hier sehen. Die wussten direkt schon, was Phase ist. Die haben direkt schon gewusst, ja, wenn wir jetzt hier sitzen bleiben, dann sind wir gleich um eine Brieftasche leichter. Ja, macht ja gar nichts. Dann inspizieren wir doch mal unser neues Haus. Der Gieselherr. Er ist nämlich neben, äh, kleptomanisch auch ein Snob. Was habe ich genommen? Ein Snob. Und, äh, und materialistisch. Ne? Und ich meine, wir haben uns ja nicht lumpen lassen mit der Wohnung hier. Deswegen checken wir die jetzt mal voll aus. Die gute Wohnung. Und, äh, gehen mal hier hin. Da joggt er. Ach, bloß nicht schwitzen. Wir haben keine Waschmaschine. Das Jackett muss noch 20 Jahre halten jetzt. Aber guck mal, das sieht gar nicht so scheiße hier aus. Ich finde, wir haben uns nicht lumpen lassen. Und Entschuldigung, die Teekanne kann ich hier nicht so auf der Kante stehen lassen. Das ist immer mit den runtergeladenen Sachen so eine Sache. Äh, 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 äh. Okay, ich muss sie doch da stehen lassen, weil sie sonst nicht passt. Ich muss mal bei Gelegenheit den, äh, äh, Cheat aktivieren, dass ich Sachen frei platzieren kann. In meiner Wohnung. Und wir können hier hinten übrigens sehen, das ist eine Auswahl an köstlichen Zigaretten. Ganz viele Malboro-Packungen hat er sich da gegönnt. Für das leckere Lungenbrötchen am Morgen. Wie man es liebt und mag. Ach. Und nun sitzt er da und kritisiert die Arbeit. Was ist denn das? Arbeit kritisieren. Neuen Besitz bewundern. Sei mal nicht so negativ, Giselherr. Ja, Giselherr ist ein Snob. Kritisiert gerne die Arbeit anderer und bevorzugt die Gesellschaft anderer Snobs. Und materialistisch. Beste Kombi ever. Materialistische Sims müssen neue Sachen kaufen. Die bewundern sie bewundern und reden gerne über ihre Besitztümer. Auch wenn es nicht ihre eigenen sind. Tja, wetten wir direkt mal auf den Boxkampf, sagt er sich. Und wir haben Besuch bekommen. Herein, herein, wenn's kein Schneider ist. Nachbarn herein, bitte. Kommt rein. Lasst eure Handys und Brieftaschen da liegen, wo ihr sie nicht mehr wieder findet. Und geht wieder. Nein, Quatsch. Wir wollen uns ja nicht direkt, direkt unbeliebt machen. Wir müssen das Ganze ja ein bisschen sneaky angehen. Übrigens, oh, mit der haben wir es direkt schon verkackt, oder was? Tag verschönern. Dann sind wir mal ein bisschen freundlich und charmant und zwirbeln uns den Schleuzer. Wie ein Zuckus-Domteur aus dem 18. Jahrhundert. Von Herz kommt es Kompliment machen. Übrigens, die eiskalte Engel-Challenge ist nicht beendet, sondern aktuell nur pausiert. Vampir-Lebens-Di-Loben. Unbedingt. Was einfach den Grund hat, dass wir uns da so ein bisschen im Kreis gedreht haben und ich gerne mal ein bisschen was anderes machen wollen würde, außer Ehemänner schnappen, Kinder kriegen und töten. Deswegen haben wir diesmal... Wie? Ich habe ja in den Kommentaren gefragt. Also, ihr habt euch ja dafür entschieden. Ich habe ja einfach nur das genommen, was oft gefragt wurde. Und sie redet gerne über Vampire, über örtliche Angelplätze reden. Ja, leitet das Gespräch auf ein belangloses Thema. Ja, kommt immer mehr. Ja, immer hereinspaziert sind das Geschwister. Katharina Kaliente und die Nina Kaliente. Das ist ein sehr ähnlicher Name. Wir stellen uns mal grob vor. Ja, mir wurde das Herz gebrochen. Das Herz, sage ich euch, von dieser alten Zippe. Und dann habe ich mich scheiden lassen und bin hierher gezogen. Ja, ganz wie der Don. Der Don Lothario. Der hat auch CDs aufgelegt mit Sonnenscheinmusik. Und dann hat seine Frau sich einfach getrennt. Ja, CDs. Bunte CDs über den Sonnenschein habe ich aufgelegt. Hm, du siehst auch aus wie ein Sonnenschein. Und deiner Schwester ganz schön ähnlich. Geschwister Rotschopf. Ja, die guckt aber ganz schön, äh, ganz schön nach wertvollen Besitztümernfragen. Entschuldigen Sie bitte Ihre Uhr dort. Die sieht sehr teuer aus. Darf ich mir die mal angucken? Nein, bleiben Sie mir von der Uhr fern, Sie ungehobelter Trottel. Da redet sie lieber wieder über die Sonnenscheinmusik. Ja, vom Nervenkitzel der Stehensschwärm ist jetzt vielleicht nicht direkt der beste Einstand, um sich beliebt zu machen. Aber wir haben uns, ah, wir hatten uns kurz beschämt unter der Bettdecke verkrochen. Aber so sind wir ja nicht. Wir sind frisch getrennt und suchen den Nervenkitzel. Denn wir wollen es nochmal versuchen auf unsere alten Tage hin. Wie alt sind wir denn? 34 oder so. Ja, das geht doch noch. Junge Erwachsener. Naja, vielleicht auch ein bisschen jünger. Selbstironisch scherzen. Haha. Ja, ja, ach, ich habe auch selber teure Uhren. Ja, ja, ganz, ganz teure Uhren. Tatsächlich. Ja, das glauben Sie ja wohl selber nicht, dass die Plastikuhr... Da kann man ja noch kleine, kleine... Das ist ein Pez-Spender. Da kann man ja kleine Pez rausholen. Ja, Pez. Pez habe ich früher auch unfassbar gern gegessen. Ja, sie liebt Pez. Pez isst sie am liebsten. Pez sind diese kleinen... Kennt ihr diese Spender mit den Cartoon-Köpfen oben drauf, wo man draufdrückt und dann kommen diese kleinen Kaubomben? Das sind Pez. Tagverschönern. Und sie mag keine Pez. Sie geht nur zu McDonalds und fährt gern schnelle Autos. Die scheint ein bisschen auf der hohen Kante zu haben. Kennenlernen. Grundsätzlich keine schlechte Idee. Sieht auch so ein bisschen zerbastelt aus. Oh, und sie mag Züge. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Ja, auch ich mag Züge. Komm. Tagverschönern. Wir unterhalten uns über Züge. Und wertvollen Besitztümern in Zügen. Ah, ich freue mich. Ich habe mega Bock. Ich habe noch nie bei Sims 4 irgendwie was geklaut. Und ich freue mich total darauf, endlich mal ein bisschen die langen Finger zu machen. Lang wie seine Nase. Ja, aber ein bisschen auf die Polizei aufpassen, nicht? Ja, so ein bisschen ist unsere Klitsche hier ja zu klein für all diese Leute. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. Wir haben auf jeden Fall die Nina hier ein bisschen, ein bisschen im Auge, würde ich mal sagen. Was haben wir denn so an Unfug? Nach wertvollem Besitz. Komm, wir fragen nochmal. Wir fragen nochmal, wie es bei ihr so ausschaut. Und dann fragen wir mal die Dina-Kaliente. Mein Gott, wie viele Schwestern hat denn dieses Nest? Wir fragen mal sie hier. Vielleicht ist das bei ihr ja so ein bisschen, vielleicht ist sie ein bisschen entspannter, was das angeht. Das kann ja sein. Nach wertvollem Besitzfühlen fragen. Hey, Püppchen, wo wir gerade schon dabei sind. Du hast doch eine schöne Halskette an. Oh, vor allem verstecken. Ach, verdammt. Ja, lieber mal ein bisschen den Kopf unter die Bettdecke stecken, während die ganzen Weiber da in der Küche sind. Und wenn wir Pech haben, noch mehr Frauen hier ankommen, die auch Kaliente heißen. Irgendwie wohnen hier nur Kalientes. Ja, und er versucht gleich hier alle zu beeindrucken, indem er ein paar Liegestütze auf dem Boden macht. Ich weiß gar nicht, was ist das da eigentlich für ein Loch in der Küche? Das macht ja keinen Sinn. Hm, hatten wir wohl kein Geld mehr für einen Unterschrank. Naja, macht ja auch nichts. Aufräumen. Vielleicht, ich wollte sie hier, Frau Käsetoast, ja noch gefragt haben. Und Fug. Komm, wir fragen mal nach wertvollen Besitztümern. Hallo. Auch du trägst eine schöne Armbanduhr, eure Daddys scheinen recht vermögend zu sein. Kriegt die sich... Ah, guck mal, guck mal. Die redet gern darüber. Man muss nur die richtigen Leute finden. Ja, ich schreib mir das mal kurz mit. Ich schreib mal kurz mit. Haha, und dann singe ich ein Lied darüber. Ja, und unser Flugzeug. Das ist auch super schön. Da essen wir oft Käseplatte und Wein und kleine Salamischeiben. Was du nicht sagst. Ich glaub's ja nicht. Ja, und wir haben noch ein Haus auf den Seychellen. Da essen wir auch oft Wein. Äh, trinken Wein. Manchmal essen wir den auch, weil da wachsen Weinbäume mit kleinen, runden Weinfrüchten. Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass die öfter Wein trinken und Käse essen? Ja. Das steht auch in Büchern, dass es Weinfrüchte gibt. Und Weincupcakes. Nein, bleib stehen. Äh, zur falschen Party einladen. Bleib mal stehen. Ich glaub, ich muss noch ein bisschen, ein bisschen unfugiger werden, damit, ähm... Oh, sie wird mit uns ins Bett. Schön. Damit wir, äh, klauen können. Und sie ist in der Küche festgeglitscht. Oh, wir haben uns auch richtig gegönnt hier. Tablett auffüllen. Nein, da haben wir kein Geld mehr für. Da haben wir leider kein Geld mehr für. Aber wir können ihn auch mal fragen. Äh, fragen auch mal. Ach, Quatsch. Ich hab kein Geld. Überhaupt nicht. Sie ist die Einzige, die da so zickig drauf reagiert. Wahrscheinlich hat sie gar kein Geld. Ah, ja, da sagst du was. Nee, die tun nur so. Äh, ich muss los. Danke. Über Karriere lügen. Dringend. Dringend über Karriere lügen. Wir können ja nicht sagen, dass wir vorhaben, Meister, Dieb und Herrenhausbaron zu werden. Ja, ich wollte, äh, Autos putzen. Teure Autos putzen. Jaja, nicht besitzen. Nur putzen. Nur gucken. Flugzeuge auch. Auch Flugzeuge putze ich auch gerne. Ich hab einen riesen Lappen. Mega Lappen. Der ist grün wie ein Bündel Geldschein. Und mit dem putze ich alles. Flugzeuge, Autos, deine Mutter. Hier. Und Züge. Züge auch. Ich liebe es, Züge zu putzen. Da werd ich immer so ein bisschen kribbelig. Mhm. Man sagt mir nach. Ich wäre objektophil. Nach wertvollen Besitztümern fragen. Ja, über Grundbesitz plaudern. Ist auch schön. Ja, ich hab zwei Kisten und eine Sackkarre. Mehr hat mir meine Frau nicht gelassen, als ich mich abschreien lassen. Aber das sind ein paar Kisten, du. Da hab ich Party gemacht. Das kann ich dir sagen, als ich die Kisten gesehen hab. Ja, und was mit deiner Xbox? Hat deine Xbox, durfst du die abhalten? Oder dein Lama? Ja, ihr habt doch einen Lama. Habt ihr einen Haus-Lama? Ja, nein. Nein, ich sag's dir. Sie hat so rumgebrüht, als ich das Lama mitnehmen wollte. Ah, katastrophal. Da hab ich das Lama und die Xbox zu Hause gelassen. Ja, ja, ich weiß, wovon du meinst. Ich hab auch so eine Lama- und Xbox-Katastrophe hinter mir. Von meiner büstenhaften Frau. Hier, ich kann dir mal ein Foto von meinem Lama zeigen. Oh nein, doch nicht. Ich glaub, ich hab's gelöscht. Ah, ich glaub, meine Frau hat auch die Fotos von dem Lama behalten. Verdammt. Da stehen sie. Zwei Junggesellen. Ich möchte mit Besitztümern prahlen. Hier, sieh dich um. All das ist meins. Wow. All das hier. Und nicht mal Fenster. Ach, Fenster werden überbewertet. Fenster werden überbewertet. Kann ich ihm jetzt bitte mal was wegklauen? Oder muss ich da noch besser für werden? Äh, ne. Oder wer ist das bei gemein? Ne. Ah, hier. Britzel. Mit Besitztümern prahlen. Ja, ich hab diesen Elektro-Hand-Schocker. Das ist mein einziger Besitz. Vom Nervenkitzel des Stehlens schwärmen. Das machen wir auch auf jeden Fall. Ja, Geld kann man stehlen. Geld, sag ich dir. Das ist... Ah, da werd ich auch immer so kribbelig wie bei den Zügen. Was, was? Ja, ich will auch so sein wie du. Oh, wir werben uns gerade einen Komplizen an. Das ist sehr gut. So wie du mit diesem Schnäuzer und dem tollen Hut. Das ist ein wahnsinnig toller Hut. Ja, den hab ich im Müll gefunden. Das glaubt man gar nicht, dass Leute sowas wegwerfen. Solche tollen Hüter. Da hab ich den ganzen Tag gesungen, als ich ihn gefunden hab. Vor Freude. Und wir behaupten mal, ein kriminelles Superhirn zu sein. Ach, dieser Hut macht mich ganz wuschig. Sagt der Don Lothario. Ja. Und Koffer voll Geld. Die kann man auch klauen. Aber da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ach, ja, klar. Hab ich gar nicht dran gedacht. Ist ja verboten. Ja, gut. Ja, die finden sich auf jeden Fall ganz schön cool. Und der bedient sich einfach an unserem Essen, was wir gar nicht haben. Knall doch die Tür nicht so zu. Und wir haben Level 3 der Schelmfähigkeit erreicht. Sehr gut. Vielleicht können wir ja jetzt, äh, noch was machen. Was Neues. Was haben wir denn hier so? Erschrecken. Kriminelle. Absurdes Gerüst. Gerüst verbreiten. Ein absurdes Gerüst verbreiten. Giselaer kann Sims, die gar nicht schwanger sind, nach dem Entbindungstermin fragen und Sims zum Flitzen anstiften. Außerdem kann er Mülleimer umtreten, in Pfützchen, Stampf, in Voodoo-Puppen am Computer kaufen und zu krönen kann er Voodoo-Puppen auch noch kitzeln. Kitzeln. Ja, wir haben nur leider keinen Computer. Aber ich glaube, wir können auch mit dem Handy im Internet surfen. Aber jetzt gerade müssen wir anscheinend dringend auf das Toy-Toy. Und das machen wir auch. Denn ich habe mir außerdem auch vorgenommen, die Folgen hier nicht mehr so lange zu machen. Ich habe ja in den letzten Challenges immer halbstündige Folgen gemacht. Das mache ich nicht mehr, weil das insgesamt von euch gewünscht worden war, nicht mehr so elend lange Folgen zu machen. Dafür will ich versuchen, irgendwie ein bisschen regelmäßiger abzuloden. Es ist nicht so einfach, weil ich aktuell sehr, 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 sehr viel mit meinem Hauptkanal und vor allem mit meinem Online-Shop zu tun habe. Aber ich will das hier nicht vernachlässigen. Zumindest nicht permanent. Deswegen jetzt die neue Challenge. So. Und der Don Lothario muss los. Schade, Schokolade. Wir können ja ein bisschen singen üben. Wobei wir dürfen ja auch gar keine, gar keine, äh, gar keine Lieder verkaufen. Mh, schade. Und wir spielen mal der Nina einen Telefonstreich, weil die war so eine alte Ziege zu uns. Vielleicht, ja, das ist nicht so schön. Der kriegt es ganz schön. Das klingt fast so schön, wie wenn ich singe. Aber auch nur fast. Im Inventar haben wir, glaube ich, noch nichts genau. Und das sind die Leute, die wir kennen. Und wir haben Hunger. Hör mal auf zu singen. Es wird Zeit, etwas zu essen. Kochen, backen, Abendessen servieren. Wir müssen das günstigste nehmen, was wir haben. Vielleicht einfach nur, mh, mh, Grillkäse. Der ist schön günstig. Bitte hör auf zu singen. Du kleine Ratte, glaubst du, ich bin von gestern? Ich bin nicht so blöd, auf deine dummen Streiche hereinzufallen. Oh, die ist ja, die hat uns aber quitt. Die hat uns aber quitt, die alte. Die treiben wir zu weiß. Du, das wollen wir doch mal sehen. Ziggige alte Schrapnelle. Aber jetzt machen wir uns erstmal einen köstlichen Toast. Mh, ich mag Toast. Vor allem aus der Pfanne und ohne alles. Das ist, ach, ein bisschen, mh. Ja, das hat keiner gesehen schon, okay. Ach, Toast. Mh, köstlich. Vielleicht ist das ein armer Ritter. Es ist, Moment, es ist ein Grill, es ist ein Grillkäsetoast, glaube ich. Ist es Grillkäsetoast? Es ist Grillkäse auf Toast. Kann man sich mal gönnen. Scheint nicht allzu besonders zu schmecken. Aber, wie ist denn die Qualität? Normal, ist doch okay, für Vegetarier geeignet. Sind wir Vegetarier? Nein, ne? Nein, da haben wir uns nicht zu entschlossen. Und wir haben diverse Seifenspende auf dem Tisch. Ja, Seife, lecker, die esse ich gerne auf Grillkäse, sagt er sich. Oh, oh, oh. Äh, ja, ja, naja. Und nebenbei kritisieren wir wieder unsere eigene Tischdeko. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Das sieht aus wie ein Fruitloops-Spender oder sowas. Oder ein Cerealien-Spender. Nun gut, man weiß es nicht so genau. Schade Schokolade. Wir haben heute noch nichts klauen können. Aber das werden wir in der nächsten Folge nachholen, hoffe ich. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da, wenn euch die Challenge hier gefällt. Und, äh, schreibt mir mal in die Kommentare, was wir so tun sollen. Wir sind ja komplett fast quasi frei in dem, was wir tun können. Und während der Giesel her noch vom leckeren McDonald's-Menü oder Burger King oder was auch immer träumt, würde ich sagen, abonniert den Kanal. Lasst mir einen Like und Kommentar da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht es gut bis dahin. Und Tschüss.